Ah, das ist schon der Wettver nie geschmeckt. Wer kann mich bei den Selle übersetzen? Äh, zieg deine Latsche aus. Sehr gut. Wer macht das nächste? Bitte nix schneigen oder suffen. Ist aber schon ordentlich nie geschmeckt, oder? Nächste? Ah, halt dein Guss. Richtig? Will ich jetzt das Glas brechen?